Hoi Leute! Herzlich willkommen hier zurück auf der Rudenwalder Lande. Ja, Svenny hat mit der Bank geschmust. Nehmen wir ja jetzt auch so ein Moped hier. Jetzt nix. Brauchen wir. Metilenlorder. Hier mit Chromlenkrad. Hab ich extra gekauft mit Chromlenkrad, ne? So, Opfer. Ah, nee, schalten. Aber erstmal brauchen wir noch ein Bild, ne? Ach, können wir gleich machen. Hat der IC? Ne, zum Glück, ne. Läuft hier, ne? Reißt uns auch alles immer voll rein. Muss man ja ganz ehrlich sagen. Hier so, um eine Kurve geschossen. Ich hab ein Schüppchen direkt mitgekauft, ne? Weil dann können wir die Schweine mal sauber machen, obwohl ich eigentlich diese Mord drinne habe. Schon seit Ewigkeiten, dass meine Animals clean sind. Ja, die nehmen keine Drogen. Deswegen sind die clean. Ihr wisst, was ich meine, ne? Dass ich die nicht sauber machen muss. Weil da steh ich nicht immer so drauf. Anscheinend meint das Spiel hier auf der Odenwalder Lande. Nö, das gibt's hier nicht. Das mögt man fein sauber. Ja, wollen wir das mal eben entledigen, ne? Falls das überhaupt geht. Tatsache. Echt? Geht das hier nicht? Ich seh auch so viel, ne? Ich krieg hier gerade einen tierischen Föhn. Okay, schon ganz tach hier. Oh, ich hasse Teleskoplader eigentlich, ne? Weil du nicht siehst. Übersicht gleich. Null. Das ist mir immer ganz ehrlich saug, ne? Aber dass Sven ja so freundlich war, um mir hier Getriebe reingemordet hat. Ich weiß gar nicht, wo ich keine Getriebe drin habe, ne? Da bin ich auch immer ganz ehrlich. So, mach mal das Ding jetzt hier dran. Den willst du da jetzt nicht dranhängen, oder was? Willst du mich jetzt völlig veräppeln? So, mach mal das Ding jetzt hier schle sil2, Vielen Dank. Vielen Dank. Da bin ich echt genervt gerade. Hier ziehe ich Kartoffeln an. Ich stelle das Ding jetzt hier hin. So, da. Wir nehmen den Fendt. Vornehin wieder aus dem Schoppen raus. Hänge das Ding da jetzt nochmal hinter. Und dann kriege ich den Fuhl. Hänge das Ding da. Lä-lä-lä-lä, Lä-lä-lä Flight J.N. Da steht Teleskoplader-Werkzeug. Senken. Das ist so ein Verarschungs-Mod, oder? Was passiert jetzt, wenn ich I drücke? Muss man das Ding anschalten? Nee, mach gar nichts. I. Was ist das für ein Schwachsinnsteil? Kartoffeln. Ich hab grad keine Lust mehr, ne? Da bin ich doch gar nicht hin. Ja, ich hab Kredit zurückgezahlt, ne? Weil es sind die letzten Tage LS. Echt. P. Garage. Wozu soll das sein? Ja, weg mit Schrott. Ey, wie ist das Ding noch Müll? Der Mod fliegt raus. Das ist das Ding. Mhm, 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 mhm. Wie wisst ihr gerade, dass wir komplett umsonst Kartoffeln gemacht haben? Richtig schicki fein, ne? Da freue ich mich ja so richtig toll drüber, ne? So richtig genial freue ich mich da gerade drüber. Es gibt auch nur einen Rüben-Schnitzler. Wie gehen da Kartoffeln auch rein, oder was? Hallo, wo bist du? Da. Ne, da gehen nur Rüben rein. Für Kartoffeln... Dann gibt es doch gar kein Schnipsel-Auto. Warum schreibt ihr denn hier Kartoffelschnitzel? Mach mal aus. Hier. Kartoffelschnitzel. Wo mache ich denn Kartoffelschnitzel? Karotten-Rüben-Nass-Schnitzel. Ich verstehe es gerade nicht. Ich bin echt... Muss ich nicht verstehen, oder? Im Endeffekt... Ist das Ende vom Lied. Wir müssen... Rüben machen. Damit wir Rüben-Naschnitzel kriegen. Ja, ich hätte mir diese ganze Kartoffel... Orgier sporen können. Ist ja jetzt fucked. Warum uns gar nicht drüber ärgern? Ich stehe voll in der Blüse, ne? Der nimmt natürlich Kartoffeln jetzt nicht an. Äh... Wo ist... Was hier passiert? Man sollte sie auch anhängen. Kartoffeln nimmt der jetzt nicht, ne? Weil der Kartoffelschnitzel rein soll, oder? Ach nee, er nimmt Kartoffeln an, oder wat? Waren das jetzt Kartoffelschnitzel, oder waren das keine Kartoffelschn... Nein, 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 nein. Warum frage ich eigentlich? Es ist hier zu... Kotzen. So haben wir... Ich hab... Oh, echt keinen Bock mehr, ne? Vergiss es. Ich brauche noch ein Bild. Ruck! Danke, ich liebe Spiele. Danke! Ich bin sowas von gerade abgenervt, ne? Die ganzen Kohlen in den Sand gesetzt, auf deutsch gesagt. Für nichts und wieder nichts. Naja. Reden wir nicht mehr drüber. Da kann ich Kartoffeln einlagern, oder wat? Hab ich da grad richtig geguckt? Ich kann die Kartoffeln einlagern? Perfekt. Perfekt. Leute, nehmt's mir nicht über. Ich hab grad echt die Schnauze voll. Ich mach kein... Geht's nicht weiter hier. Ich versteh es nicht, ne? Ich kann hier Kartoffeln einlagern? Okay. Schickie voll hier. Das ist ja wohl die größte... Veräpplung, die es gibt. Naja. Kartoffeln. Tatsache. Krass. Naja. Liebe Leute. Ich sag erstmal danke fürs Zugucken bis hierher. Ne? Wenn's euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen. Ja, ganz ehrlich. Ja, und wenn's euch nicht gefallen hat, dann weiß ich auch nicht. Mir hat's auch nicht gefallen. Ja, aber wenn ihr jedenfalls nichts mehr verpassen wollt, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.